Kunststoff Halbzeuge. Eine Produktpalette, die unglaublich viele Farben, Formen und Strukturen kennt. Leicht zu verarbeiten, findet er Platz in fast allen unseren Lebensbereichen. Ob beim POS, Messebau, als Display oder als Werkstoff für die Architektur. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer diese Menschen sind, die dem Kunststoff kontinuierlich ein neues Design verleihen? Es sind unsere Mitarbeiter, die diese Herausforderung immer wieder mit Leidenschaft annehmen. Plexotec greift hierbei auf über 30 Jahre Erfahrung zurück. Als Kunststoff Halbzeugehändler aus Überzeugung ist Plexotec ebenso der Spezialist am unteren Niederrhein wie in Sachen der Kunststoffverarbeitung. Wir setzen nicht allein auf den neuesten Stand der Technik. Nein, neben dem Einsatz von Verarbeitungszentren der neuesten Generation für das Lasern, Fräsen und der Wärmeverformung, beschäftigen wir Mitarbeiter, die jeder für sich Spezialisten sind, wenn es darum geht, ihr Produkt ins bestmögliche Licht zu rücken. Nicht allein die hochtechnisierte Verarbeitung macht uns aus. Daneben sind wir auch seit Jahren offizieller Vertragshändler für Plexiglas, dem Original von Röhm. Unser Maschinenpark wird stetig auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. Nebenbei, auch unsere Mitarbeiter unterziehen sich regelmäßig intensiver Schulungen. Im Grunde gibt es also nichts, was wir nicht für Sie umsetzen können. Sei es die Fertigung einer aufwendigen Einzellösung, einer Serienproduktion oder eine konzeptionelle Gestaltung Ihrer Präsentationsidee. Für jede Aufgabe stehen unsere Spezialisten für Sie bereit. Selbstverständlich sind wir imstande, auch Metalle und Holz im Materialmix mit Kunststoffen zu verarbeiten. Plexotec. Das bedeutet, absolute individuelle Flexibilität am Markt mit der Verarbeitung von erstklassigen Materialien zu verbinden. Gerhard Bühns, gesellschaftender Geschäftsführer und Inhaber, weiß, worauf es in Zukunft ankommt. Für Plexotec wird die Zukunft klar und deutlich darin liegen, dass man sich nicht mehr auf die einzelnen Situationen, sprich der reine Handel, reine Verarbeitung konzentrieren soll, sondern wirklich die Dienstleistung in diesem Bereich in den Vordergrund stellen wird. Sollten Sie also in Zukunft beim Einkauf auf eine perfekte Warenpräsentation stoßen und sich für einen Kauf entscheiden, vielleicht haben wir ja auch dazu beigetragen. Plexotec. Einfach. Plexibel.